Ja, also ich denke, Europa treibt im Moment immer noch die Frage um die Geflüchteten um und auch um eine gemeinsame Asylpolitik. Und ich denke, Europa ist ein bisschen an einem Scheideweg. Das zeigt auch die Asylpolitik, dass man eben nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt und dass man jetzt final mal klären muss, ob man Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten hat oder eine höhere Integration, eine tiefere Integration oder eben nicht. Und ich denke, so Phänomene wie Brexit oder Asylpolitik oder auch Euro- und Finanzkrise sind da jetzt wegweiser, wie es jetzt weitergehen wird mit der EU. Ja, und ich denke oder ich befürchte eher schon, dass es mit der Integration doch ein Stück weit vorbei ist und es schon eher in Richtung Desintegration gehen wird. Einfach auch, weil die Liberalisierungstendenzen sehr viel stärker zugenommen haben. Also ich denke, Frankreich, was ich ganz stark sehe, ist das Problem der sozialen Frage in Frankreich. Also angefangen bei den Klassikern wie Rente, Altersabsicherung und Jugendarbeitslosigkeit, aber ja auch so Punkte wie das Stadt-Land-Gefälle oder dass es einfach eine immer größere Unzufriedenheit gibt, wie man auch an dem Rassemblement National sieht. Ich denke, das sind die großen Punkte, die Frankreich jetzt in den Griff kriegen muss. Das Bildungssystem verbessern, den Einstieg für junge Menschen in den Arbeitsmarkt. Und das geht natürlich mit dem europäischen Problem der Asylpolitik auch einher, dass man eine Integration im weiteren Sinne irgendwie vorantreiben muss und hinbekommen muss. Einmal Migranten von außerhalb integrieren, aber auch die eigenen Menschen integrieren. Und einfach, es muss gelingen, dass man gut umverteilt, dass alle sich zufriedener fühlen und dass so gesehen dann auch die Wirtschaft wieder florieren kann. Also ehemals Front National mit Marine Le Pen an der Spitze hat sich jetzt umbenannt in Rassemblement National. Ja, also ich denke, das Problem der sozialen Frage kann man schon auch auf die EU ausweiten. Stichwort Populismus. Das muss man einfach irgendwie versuchen, ja, das klingt immer so abgehoben, die Menschen abzuholen. Aber ich denke mir, Europa war gegründet für den Freiheitsgedanken und für die Menschen in Europa. Und das ist einfach wichtig, dass man das heute auch noch sieht und da versucht, eine langfristige Lösung für alle zu finden. Weil im Moment läuft es eher darauf hinaus, dass es eine reine Wirtschaftsunion und eine Interessengemeinschaft ist. Und die Frage ist so ein bisschen, will man das oder wie kann man dagegen steuern?